Wir müssen ansetzen mit Untersuchungsausschüssen, plural. Das heißt, wir brauchen mehrere Untersuchungsausschüsse. Da geht aber das Problem, das grundlegende Problem schon los. Wer soll in diesen Untersuchungsausschüssen sitzen? Wer soll die Aufklärungsarbeit machen? Wenn wir eine parlamentarische Untersuchung einleiten würden, dann wäre es im Grunde genommen so, dass die Täter ihre eigenen Taten aufklären sollen. Das führt das Prinzip der Aufklärung geradezu ad absurdum.